Leg dich hin, schließe langsam deine Augen. Leg deine Beine und deine Arme flach auf den Boden. Spüre die Verbindung zu deiner Unterlage. Sinke ganz tief hinein. Du liegst am Strand, eine Insel im Mittelmeer. Du hörst das Meer rauschen. Ein sanfter Wind streicht über deine Haut. Warm umspielt der Wind die feinen Härchen auf deinem Unterarm. In der Ferne zirpen rhythmisch die Zikaden. Atme durch die Nase ein und durch deinen Mund wieder aus. Atme durch deine Nase ein, durch deinen Mund wieder aus. Deine Gedanken sind wie die Wölkchen am Himmel. Lass sie vorbei ziehen. Versuche nicht sie aufzuhalten. Atme durch deine Nase ein und durch deinen Mund wieder aus. Atme durch deine Nase ein, durch deinen Mund wieder aus. Lenke deine Aufmerksamkeit nun zu deinem rechten Arm. Balle deine rechten Hand und krümme deine Finger zu einer festen Faust. Spanne nun die Muskeln in deinem gesamten rechten Arm an. Und führe die Faust zu deiner Schulter. Halte dabei die Spannung in deinem rechten Arm und in deiner rechten Hand. Atme dabei durch deine Nase ein und durch deinen Mund wieder aus. Nun entspanne dich wieder und lege den Arm zurück flach neben deinen Körper. Wie fühlt sich dein Arm an? Fühlst du die Entspannung? Spürst du einen Unterschied zum linken Arm? Atme durch deine Nase ein und durch deinen Mund wieder aus. Atme durch deine Nase ein und durch deinen Mund wieder aus. Schließe langsam deine Augen. Spüre, wie dein Körper auf dem Boden aufliegt. Entspanne deine Muskeln und lege deine Beine und deine Arme flach auf den Boden. Sicke tiefer auf die Unterlage ein und spüre den Kontakt zum Boden. Du liegst am Strand, eine Insel im Mittelmeer. Die Nachmittagssonne wärmt deine Haut. Du hörst das Meer rauschen. Du hörst das Meer rauschen. Ein sanfter Wind streicht über deine Haut. Warm spielt der Wind die feinen Härchen auf deinem Unterarm. In der Ferne zirpen rhythmisch die Zikaden. Atme durch deine Nase ein und durch deinen Mund wieder aus. Atme durch deine Nase ein und durch deinen Mund wieder aus. Atme durch deine Nase ein und durch deinen Mund wieder aus. Atme durch deine Nase ein und durch deinen Mund wieder aus. Lass sie vorbei ziehen. Versuche nicht, sie aufzuhalten. Nun lenke deine Aufmerksamkeit zu deiner rechten Hand. Balle deine rechte Hand und krümme deine Finger zu einer festen Faust. Spanne nun die Muskeln in deinem gesamten rechten Arm an und führe die Faust zu deiner Schulter. Halte die Spannung in deinem rechten Arm und in deiner rechten Hand noch für einen weiteren Moment an. Atme dabei durch die Nase ein und durch deinen Mund wieder aus. Nun entspanne dich wieder und lege deinen Arm zurück flach neben deinen Körper. Wie fühlt sich dein rechter Arm an? Fühlst du eine Entspannung? Spürst du einen Unterschied zum linken Arm? Atme durch die Nase ein und durch deinen Mund wieder aus. Atme durch deine Nase ein und durch deinen Mund wieder aus. Leg dich hin und schließe langsam deine Augen. Nimm dich im Raum wahr. Und komm nun mit deiner Aufmerksamkeit ganz bei dir an. Entspanne deine Muskeln und lege deine Beine und deine Arme flach auf den Boden. Spüre den Kontakt zu deiner Unterlagen. Spüre den Kontakt zu deiner Unterlagen. Und lass deinen Körper mehr und mehr hineinziehen. Du liegst am Strand. Du liegst am Strand. Eine Insel im Mittelmeer. Die Nachmittagssonne wärmt deine Haut. Und du hörst das Meer rauschen. Und du hörst das Meer rauschen. Ein sanfter Wind streicht über deine Haut. Warm umspielt der Wind die feinen Härchen auf deinen Unterarm. Leise in der Ferne zirpen rhythmisch die Zikaden. Leise in der Ferne zirpen rhythmisch die Zikaden. Atme durch deine Nase ein und langsam durch deinen Mund wieder aus. Atme durch die Nase ein und langsam durch deinen Mund wieder aus. Deine Gedanken sind wie die Wölkchen am Himmel. Lass sie alle an dir vorbeiziehen. Lenke deine Aufmerksamkeit nun zu deiner rechten Hand. Balle deine rechte Hand und krümme deine Finger zu einer festen Faust. Spanne nun die Muskeln in deinem gesamten rechten Arm an. Und führe die Faust zu deiner Schulter. Halte die Spannung für einen weiteren Moment in deinem rechten Arm und in deiner rechten Hand. Atme dabei durch die Nase ein und durch deinen Mund wieder aus. Nun entspanne dich wieder und lege den Arm wieder flach zurück neben deinen Körper. Wie fühlt sich dein rechter Arm an? Fühlst du eine Entspannung? Arif daran braucht dich. Ich bezene dich dann für deine Einladungen. Halte die Präubung. Ziehmun. Wie fühlt sich so an die sich dothä cevchen und vermutet. O Hom bräts. Halte sie sich wieder an. photographers ihre rumme. Er、、öelung.